So, hallo, heute steht wieder ein Geburtstag an bei uns, wie regelmäßig bei uns im Winter und im Frühling. Und daher feiern wir heute wieder den gemeinsamen Geburtstag und zwar von der Alina. Die Alina wird Nummer 14 und dafür machen wir jetzt ein paar Ballons parat. Verschiedene große gekauft sind in Italien, große Ballons und auch die kleinen. Ja klar, dann werden wir jetzt ein paar aufpusten, die Tisch ist schon eingedeckt. Dann werden wir noch die Geschenke holen aus dem Zimmer und dann hoffen wir mal, Alina freut sich über ihre Geschenke. Alina ist ja gerade am aufpusten. Ja, Alina machen wir auch gerade am blauen Ballon. Die brauchen wir jetzt schon. Die ganze Luft fliegt raus. Ja, okay, ich mach es wieder rein dann. So, jetzt sind wir bunt da. Ja, machen wir da den nächsten? Okay, danke schön. So, jetzt glaube ich lassen wir es gut sein mit den Ballons, ha? Machen, machen, Alina. Sonst wird es da zu voll. Alina hat sich eben so einen Kuchen ausgesucht in einem Laden. Sie wollte einen schwarzen Kürstorte haben, gekauft. Bunt, ich sehe es immer so, jeder sucht sich aus, ob er den wie ich selber gemacht haben will oder gekauft. So, das ist jetzt unser Geburtstagstisch. So, jetzt haben wir schon die Geschenke hergerichtet. Den Hut. Jetzt sind alle Geschenke für die Geschwister schon da. Jetzt müssen wir nur die Alina holen, gell? Und dann tun wir feiern. Oder Melina? Ja? Was ist denn mit deiner Lippe? Mit deiner Lippe zuppeln. Alina hat Geburtstag, gell? Und bist gespannt? Ja, da setzt die hin. So, jetzt müssen wir mal die Kerzen anzünden, ne? Kerzen anzünden. Sind aber... Das war jetzt schwierig, die alle anzuzinken. Nicht Mama auslachen. So. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lina. Happy Birthday to you. So, jetzt? So. Auf einmal, ja? Unbedingt. Alina. Gleich, 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 Super, du hast es geschafft. Ja, super. Ja, super. So, das erste Geschenkstisch von der Melina. Was ist da drinnen? Ich denke, diese Kleine, die hat es nicht? Wie lange ist das nicht? Muss ich aufmachen. Da muss ich erraten. Was ist das? Die ist die Kamera. Das ist die Kamera, ja. Und soll ich das tun? Ja, klar. Na, Papa, ich hole einen Alina. Welche Kamera? Oh, schaut cool aus, he? Kannst du das decken? Äh, gute Frage, vielleicht. Wenn du ein Kabel dabei hast, dann vermute ich schon. Das ist auf jeden Fall der Akku, oder? Muss ich da nur einbauen. Das ist die Kamera. Wenn sie auf der Folie rausmacht, dann kann man sie besser sehen. Kann ich auch kommen? Wenn du magst, ja. Hey, die schaut ja cool aus. Super. Sieht fast so aus wie deine. Das ist sogar so? Fast, ja. Das ist das kleine Kind davon. Als kleine Kind von meiner Kamera erstellt. Ja, das kleine Kind. So, wer gibt da Alina das nächste Geschenk? Äh, ich, 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 ich. Hier ist es doch. Da, Mama, da. Du hast ja auch schon eins gegeben, oder? Also geben die anderen ihr auch jetzt noch eins. Okay, so wie immer. Und dann ich schon wieder. Mama, Mama, holst du ein großen Messer? Großes Messer? Ganz bald, ja. Ganz bald. Ja, ich hol mir meine großen Messer. Ich hab dir geholfen. Wie würde ich jetzt geben? Du hast es ja gegeben, oder? Oder halt, wenn du dich ganz brauchst, nicht anders mögen. Was ist das? Und nicht in meiner Husten. Ich hab' du mal jetzt. Hast du das? Was ist das? Ah, ich weiß. Und was ist das? Ich will keine Kamera. Ich will keine Kamera. Was ist das? VL-Brille. VL-Brille, genau. Mama, da ist Brille. Was ist das? Da kann ich aufmachen, schau! Mama, du ausnimmst! Ganz bald, ja! Mama, du ausnimmst! Oh, so schaut sie aus, ne? Ja, cool! Setz mal auf! Schaut das aus! Ja, mach ab! So was noch nie gesehen! Oh, wow! Wow! Ah, ja! Ich glaube, du musst das Handy dazwischen stecken! Da vorne rein, ja, das ist für Handys! Ah, geht doch nicht, oder? Doch, geht! So, wer gibt das nächste Geschenk? Ähm... Das ist kein Buch! Vielleicht, pass auf! Das ist gar kein Buch! 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 Ich hab mir gedacht, die Anleitung ist doch ganz praktisch! Oh, cool! Oh, Kaktus sogar! Man kann nur neunke von und elf tun! Ja! Und das lasse! Unruhe? Unruhe? Unruhe! 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 Schnecken! Schnecken sogar! Mit Schneckenhaus! Schau, du kannst das original Schneckenhaus dazu tun! Ich liebe Schnecken! Nein. Okay. Du musst ja vermassen. Pilze. Pilze. Mäuse. Mäuse. Angegen. Angegen. Ich hab das aber jetzt Weihnachten drin. Ja? Okay. Weihnachten. Ein Engel. Okay. Finguine. Und fertig. Klasse. Wer will da Alinas nächste Geschenk geben? Nein. 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 Was? Das ist besser. Das ist besser. Was? Ja. Pack zuerst das Bäckchen aus. Oder mach zumindest auf. Zuerst auf. Und mach jetzt das Bäckchen. Mach das Bäckchen. 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 Ich... Pack aus. Ich dachte mir so, ja, ja, das wäre besser, wenn ich was wirklich mache, was du magst. Also habe ich mir beschlossen, das zu machen. Hey, cool. Gefällt es dir? Gefällt es dir oder nicht? Gefällt es dir, Alina? Ja. Ja, es gefällt dir. Freust du dich, oder? Ja? Jetzt bist du dran. Du hast den Buch vergessen. Komm. So. Wer gibt das nächste Geschenk? Hier, Alina. Nein. Die war noch nicht. Okay. Schau. Und Maik. Ja. Nee, aber noch nicht. Und Papa und dich. Und Imi. Oh, schönes Buch, hm? Ja. Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Geschenke. Beryl, wirst du da Alina auch ein Geschenk geben? Lea, 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 Lea war noch. Okay, von der Lea noch. Genau. Dann gibst du ihr auch ein Geschenk. Na, drauf? Lea, Lea, Lea war noch nicht. Ich glaube, es ist ein Geschenk. Lea, Lea war noch nicht. Ich glaube, es ist ein Geschenk. Lea, Lea war noch nicht. Gibst du es ihr? Ja. Super. Ein Paket? Nur ein Paket? Ja. Ein Paket. Und was noch? Ich glaube, du brauchst eine Schere, hm? Damit sie gar nichts sehen kann. Bitteschön. Ja, damit es besser wird. Besser? Ja. Wie ihr ihn gepokst hat. Ah, blöder Mama. Wie er besser aussieht. Besser. Noch länger. Länger, länger, länger. Was ist das? Ein Kautomal-Kautom drin. Oh, Mann. Ey, zweimal verpackt? He, he. Dreimal. Dann packst du auch aus. Ich dachte, das hätte ich doch aufmachen sollen. Mach's einfach aufreifen. Ich glaube, das ist nicht so auf Folie. Was? Das ist dein Filz-Set, das du haben wolltest. Ja. Oh, cool. Dreh mal um. Ah, so. Das ist der ganze Filz, wo er filzen kann. Cool, hm? Ja. Es hat sogar kleine Fingerhandschuhe in weiß. Ja? Ja. Ah, stimmt. Super. Und da gibt dir jetzt der Alina das letzte Geschenk. Was ist das? Ich hab das gemalt auch nicht, dass ich ihn nicht hab. Muss ich nicht. Das wird ja noch einmal fit. Das ist doch mal gut. Das ist gut, das ist so sehr. Ja, das ist so sehr. Super. Das hast du immer gut. Das ist gut. Die Maschine. Ja, die Maschine. Ja, passt das zu! Ja, klar. Ist das schon noch voll fertig? Das soll sogar gut funktionieren. Gute Bewertungen. Wohl vor meiner Küche. Noch ein Geschenk aufgetaucht für Alina. Mach mal auf. Von Maik, stimmt. Ein Hettel. Ding 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 Ding. Ding Ding Ding. Ding Ding Ding. Oh, eine Zeichnung. Auf der Rucksack steht was. Alina. Mit drei Luftballons. Super. Und los, nochmal boosten. Yay. Der Kuchen, gell? Ja. Ah. 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 Ah.